Ich bin die Sonja und ich arbeite seit sieben Jahren jetzt in der Hofapotheke und falls ihr euch fragt, warum ich unbedingt in die Hofapotheke wollte, das ist eine ganz klare Entscheidung, weil die Hofapotheke hat sowohl viele traditionelle Elemente oder auch viel mit der Naturheilkunde, Homöopathie. Allerdings finden wir auch die klassische Schulmedizin, sprich wir haben hier wirklich eine gute Kombination zwischen Alt und Neu und da ist einfach für jeden was dabei. Wir haben Abwechslung und was ich ganz besonders schätze bei uns ist, wir haben ein sehr familiäres Team, wir haben ganz klare Hierarchien, jeder wird gefragt nach seiner Meinung und das macht das Arbeiten einfach super entspannt und jeder hat die Chance sich frei zu entfalten. Und wenn ich mal nicht in der Apotheke bin, dann lege ich sehr viel Wert trotzdem noch auf Teamsport, gehe ich ins Crossfit, kann mich da auspowern oder wenn ich mal wirklich meine Ruhe brauche, dann gehe ich einfach mal eine Runde Motorrad fahren.